Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ihr seid hier hereingestolpert in unsere Besprechung zu der neuen Netflix-Serie Achtsam Morden. Wir sind hier zu dritt. Ich bin erstmal Schlogger, herzlich willkommen. Hab aber auch hier an der Seite das Dream-Team des Tele-Stammtischs, AKH Theresia und Kathi. Hi Kathi. Hi. Und hi Theresia. Hi Schlogger. Nimm das, Stu. Nimm das. Liebe Grüße an unseren Kollegen Stu. Stu und unser Dream-Team. Ich weiß nicht, was da alles so im Hintergrund mitschwillt, aber es soll hier nur kurz angedeutet werden, denn wir besprechen, wie gesagt, diese Serie Achtsam Morden, die auf dem Spiegel-Bestseller Achtsam Morden, das ist genau der gleiche Name, von Carsten Dusse basiert. Wir besprechen die erste Staffel, ob da noch mehr Staffeln kommen, können wir jetzt auch ein bisschen spekulieren später vielleicht drüber, die acht Folgen hat und am 31.10. auf Netflix anlaufen wird. Wir hatten Zugang zu allen Folgen, aber so viel Transparenz muss sein. Nur einer von uns, beziehungsweise eine von uns, hat es geschafft, alle Folgen zu gucken. Entweder ihr hört jetzt die Folge rein, unsere Besprechung und ratet, wer von uns alles gesehen hat. Oder wir machen es ganz offen, Kathi hat alle gesehen. Streber. Ja, der alte Streber. Aber ich habe immerhin das erste Buch gelesen, das da heißt Achtsam Morden, ich habe es schon gesagt. Und ich habe das zweite Buch, Das Kind in mir will Achtsam Morden, auch zu Hause liegen. Und Theresia, du meintest, du hast mindestens das erste auch zu Hause bei dir rumliegen, richtig? Ja, ich habe das mal gescheckt bekommen und wollte auch immer mal lesen, aber ich habe es noch nicht geschaffen. Und jetzt habe ich leider die Serie vor dem Buch gelesen oder die Serie gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe. Ja, das macht gar nichts, weil das Buch funktioniert als Buch ganz anders als Medium und die Serie als Serie. Und damit ich, bevor wir die Serie zu sprechen, das Buchthema noch schnell abschließen, soweit ich weiß, gibt es fünf Bücher. Oder beziehungsweise 2024 soll eins erscheinen oder ist schon eins erschienen, der fünfte Band, das da heißt Achtsam Morden durch bewusste Ernährung. Das ist alles so eine Anspielung auf diese Selbsthilfe-Ratgeber. So, aber wir steigen jetzt ein in die Serie. Könnt ihr zwei mir mal sagen, was ihr denn im Vorhinein über die Serie wusstet, beziehungsweise was eure Erwartungen an die Serie waren? Und bevor wir das machen, möchte ich von Kathi gerne erstmal wissen, um was es denn überhaupt geht in der Serie, für die da draußen, die überhaupt keine Ahnung von Serie und Buch haben. Ja, also es geht um Björn Diemel. Diemel. Diemel, Diemel, glaube ich. Diemel, Björn Diemel, genau. Ja, gespielt von Tom Schilling, der ist Anwalt, also Strafverteidiger und arbeitet in der Kanzlei und einer seiner größten Mandanten ist so ein Gangster-Boss, für den er nicht nur regelmäßig halt irgendwelche Anwaltssachen macht, sondern dem auch ein bisschen hilft, so Geld zu verstecken, Offshore-Konten, Strohfirmen und so Zeug. Und das ist halt, nennen wir es mal sehr demanding in diesem Job, vor allem, wenn er halt mit Gänster-Bossen zu tun hat und darunter leidet natürlich die Familie, also er hat Frau und Kind und die leider darunter, weil er halt nicht heimkommt, oft lange arbeitet und halt mit nicht ganz so netten Personen zu tun hat, dann in seiner Arbeit auch. Das wird alles irgendwann zu viel, auch für seine Frau und sie meint so, ja, ich sollte doch mal so ein Achtsamkeit-Seminar probieren, was er zuerst natürlich so abstreitend hat, aber trotzdem hingeht und das auch macht. Ja, eines Tages fährt er dann mit seiner Tochter an so einen See, in so eine Villa von seinem Gangster-Boss und ich glaube, so viel kann man sagen, weil das sagt ja auch schon der Titel, Achtsam-Morden. Eine Person in diesem Haus macht es nicht lebend und zwar der Gangster-Boss in seinem Kofferraum und von dort an entspinnt sich das dann alles, dass er vielleicht die Fassade aufrechterhalten muss, dass der doch noch lebt und die Geschäfte leiten muss und aber natürlich auch für seinen Mord nicht entdeckt werden will und dann spinnt sich das alles da raus mit seiner Familie, mit seiner Arbeit, mit dieser ganzen gingerischen Gang, die da auch irgendwelche Sachen im Spiel hat. Dankeschön, genau. Also wir haben hier eine Verkettung von einem Anwalt, einem Mafia-Boss, einer Mafia-Gang und dem Thema Achtsamkeit. Danke dir, Kathi. So, jetzt zum Thema, was ich gerade schon angesprochen habe. Direkt zu Theresia. Was wusstest du denn vorher über die Serie, beziehungsweise was waren deine Erwartungen daran? Also ehrlich gesagt wusste ich noch nicht sehr viel über die Serie. Ich kannte halt das Buch oder worum es halt in dem Buch geht. Ich habe mir dann die Besetzungsliste angeschaut und kannte halt hauptsächlich Tom Schilling daraus und war gespannt, was sie daraus machen oder wie sie das umsetzen wollen. Also was da in der Serie auf mich zukommt. War positiv überrascht. Positiv überrascht, das ist doch gut. Okay, ich knüpfe aber hier erstmal an Tom Schilling an. Kathi, du kanntest Tom Schilling ja wahrscheinlich auch. Wer kennt ihn nicht? Der sieht immer noch aus wie Mitte 20, finde ich. Dabei ist er jetzt schon 42. Wie fandest du denn die Leistung von Tom Schilling in der Serie? Also ich muss sagen, ich mag dann schon wirklich spätestens seit Fabian oder Gang vor die Hunde. Hat sich der in mein Herz gespielt und ich finde den echt gut. Und ich mochte ihn auch wirklich in der Serie. Ich finde diese, ich will nicht sagen Arschlochrolle, aber es ist schon irgendwie eine Arschlochrolle, steht ihm. Und er macht das auch, finde ich, sehr gut und überzeugend, dass er auch diese Kombination aus, okay, gerade möchte ich dann vielleicht doch irgendwie die Wanne einschlagen, wie ich es vorher gemacht hätte. Aber ich habe zwölf Wochen Achtsamkeit hinter mir. Ich werde jetzt tief durchatmen und ihn umbringen. Fand ich gut und habe ich ihm auch irgendwie abkauft. Ich habe ihm auch das Ganze, das Ganze, was danach kommt mit wie er dann die Geschäfte leitet und so, dass er da tatsächlich den Grips dafür hat und das so smart machen kann, habe ich ihm auch alles abkauft. Also fand ich gut. Okay. Und die anderen Schauspieler? Die anderen Schauspieler auch. Also ich fand den ganzen Cast eigentlich gut. Es gibt diesen, wie heißt der, der dann im Kindergarten, der Sascha, glaube ich, einer von diesen Handlangen, die fand ich alle genial. Und auch die Tochter an sich fand ich gut, alle miteinander. Und du, Theresia? Wie fandst du Tom Schilling und die anderen? Tom Schilling und die anderen ist auch ein guter Filmtitel. Es gibt eine Serie, wo er mitspielt, heißt Ich und die anderen. Aber egal. Nee, also ich fand die auch alle gut. Also auch so die, wo die Bösenwichte gespielt haben, also so die russische Mafia und alles mögliche. Auch die Polizistin fand ich gut. Tom Schilling, ich wollte auch immer, dass er irgendwie mit allen durchkommt. Also dass alles irgendwie immer funktioniert, was er sich überlegt hat. Und ich fand das echt smart, weil er halt gefühlt dann auch durch diesen Kurs dann so gelernt hat oder so eben sich zu behaupten, also wie er sich dann immer gegen die Polizei oder gegen seine Chefs und gegen die Gangster durchsetzt, fand ich dann schon irgendwie beeindruckend. Also fand ich wirklich gut. Und auch, also fand auch die Frau gut. Da musste ich aber immer an Kathi denken, weil die Dame ja auch Katharina hieß. Ja, hat mich wirklich überzeugt. Wie fandet ihr denn, also wenn ihr nichts vorher drüber wusstet, das Buch ist ja, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen, soll ja so Selbsthilfebücher verarschen. Das heißt, es ist offensichtlich ein Comedy-Buch oder ein lustiges Buch. Fandet ihr denn, dass hier die Mischung der Genres, dass das klar rüberkommt? Also es ist ja offensichtlich ein Thriller-Aspekt mit der ganzen Mafia-Sache, aber eben, dass es gut zusammenpasst und gut geklappt hat mit dem Comedy-Aspekt? Also so wirklich Full-Front-Comedy würde ich nichts sagen. Ich hatte schon meinen Spaß damit. Also ich mochte den Humor, auch Tom Schillings Charakter so an den Tag legen, auch diese ganze so, äh, ist halt jetzt so scheißegal-Haltung. Und was sich dann so aus dieser Zone spinnt, das ist dieses Trockene, das mochte ich schon. Ich weiß nicht, wie lustig das Buch jetzt an sich ist. Ich wüsste es nicht als, also man kann schon sagen, dass es Comedy-Aspekte hat, würde ich schon sagen. Und ich hatte auch meine, also ich habe mir aufgestellt, dass ich den Humor mochte und dass es ein paar Stellen gab, wo ich auch lachen musste und so. Also das hat schon funktioniert bei mir. Man merkt schon, dass es halt so auf die Spitze getrieben ist mit hier, man muss sich halt die Freiräume schaffen und die Störenfriede beseitigen. Ich glaube jetzt nicht, dass eben Mord damit gemeint ist, aber er hat es halt einfach dann durchgezogen. Auslegungssache. Ja, ja. Okay, also das kam gut bei euch an. Ja, also aber ich würde jetzt auch sagen, also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass die Humorseite so mega im Vordergrund steht, sondern wirklich mehr so diese, diese Krimi-Geschichte oder dieses ganze Netzwerk dann danach, wenn er halt dann immer vorgeben muss, dass der noch lebt und, und das alles vorspielen muss und sich dann noch vor der Polizei rechtfertigen muss und war schon immer so eine humoristische Note mit dabei. Weil ich ja das Buch gelesen hatte, ich fand es so spannend, wie sie es denn machen, weil immer am Anfang, also jedes Kapitel hat so einen Titel von irgendeinem Oberthema. Also das erste heißt Achtsamkeit, Freiheit, Atmen, Zeitinseln und so weiter. Das wird ja auch in der Serie aufgegriffen, dass sie da so Worte dann so einblenden und so Hauptgefühle oder Hauptthemen, die das zu behandeln gilt. Und jedes Kapitel fängt dann eben an mit einem Zitat von diesem Achtsamkeitsentschleunigungstyp da, also Joschka Breitner heißt der. Und da habe ich mich gefragt, wie wollen sie das denn in der Serie umsetzen, weil du immer dieses Zitat hast am Anfang, das dann bearbeitet wird. Und es ist ja ganz viel aus seiner Sicht auch beschrieben, wie er, also wie jetzt Björn Diemel drüber nachdenkt, okay, aber durch meine neue Achtsamkeit konnte ich zugucken, wie ihm der Finger abgeschnitten wurde oder so, so in die Richtung. Und das haben die ja auch ganz interessant gemacht hier, dass sie eben immer, er schließt dann seine Augen und stellt sich dann diesen Guru vor, der ihm eben dieses Zitat vorspricht. Und ich muss schon sagen, es fällt mir schon schwerer, jemandem zuzuhören und das zu begreifen, was er sagt, als wenn ich es selber einfach lesen würde. Also ich glaube, das, was der Guru gesagt hat, habe ich nicht Wort für Wort mitgeschnitten. Ich habe einfach, ah ja, okay, wird irgendwas mit Achtsamkeit und sowas sein und habe es einfach auch angenommen. Ich finde aber auch, dass die hier einen ganz guten Genre-Mix geschafft haben im Vergleich zum Buch. Das hatte ich ja auch schon erwähnt, es ist halt ein bisschen was anderes. Es ist ein anderes Medium, das Buch funktioniert ein bisschen anders. Es ist eben mehr aus seiner Sicht, du hast mehr Zitate, es ist eben, passt einfach mehr zum Thema Selbsthilfe Buch. Aber die Serie hat es trotzdem geschafft, diese zwei Gegensätze von Thriller und eben ein bisschen humoristisch und vielleicht auch Satire, das so ein bisschen hinzukriegen. Wie fandet ihr denn die Inszenierung? Also ich habe gerade schon angedeutet, dass diese Worte da so eingeblendet werden oder mit dem Guru. Ist da euch irgendwas positiv oder negativ aufgefallen? Also was mir aufgefallen ist oder was mir dann irgendwie gefallen hat, das ist dann so, glaube ich, wenn du es halt liest, das wollten sie mitnehmen, ist halt diese Off-Stimme von Tom Schilling, der halt dann immer so nebenbei noch erklärt, was er jetzt halt tut oder wie er sich jetzt fühlt und so weiter. Also ich glaube, das war schon nochmal hilfreich, auch für den Zuschauer, um so ein bisschen mehr in die Story einzutauchen. Das mit den, ich soll jetzt mal rückblenden, das ist vielleicht das falsche Wort, aber immer, wenn er sich halt den Guru vorgestellt hat, das war dann auch immer noch eine gute Möglichkeit. Also ich habe auch nicht alles behalten, so wie du, was er immer erzählt hat. Aber ich habe schon immer versucht, das auf die, zur damaligen Zeit, wo ich es gesehen habe, auch auf die Folge zu transportieren. Aber es ist jetzt auch schon wieder eine Woche her und kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Aber das hat mir schon gut gefallen und das hat mir halt schon irgendwie geholfen, so, glaube ich, die Figur von Björn zu verstehen. Ja, ich finde es ja auch interessant, dass ihr gesagt habt, dass man Björn schon der Sympathieträger ist, obwohl er ja eindeutig hier der Mörder ist. Also so ein kleines bisschen Richtung, oh Gott, jetzt wie heißt die Serie, wo wir eigentlich mit dem Mördern nicht Breaking Bad, sondern, ach, fällt mir nicht ein. Dexter? Ist egal. Dexter, danke schön. Gut, spreche hier ein Thema an und fällt mir selber der Name nicht ein. Nein, also er ist ja kein so krasser Mörder, es passiert ja eindeutig eher, er rutscht da ja so rein, möchten wir sagen am Anfang. Es war ja auch im Tod, weil er halt Tod durch Unterlassen, möchte man sagen. Ja, genau. Genau, ja, der Chef stimmt ja an Burnout, ha, 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 zwink, zwink. Und Kathi, ist dir bei der Inszenierung irgendwas Negativ oder Positive aufgefallen? Also was ich sehr mochte, war die Spielerei mit dem Logo immer am Anfang, also wenn dieses 18. Morgen kommt, dass es dann je nach Folge, es sind auch unterschiedliche Variationen davon, die immer auch zur Szene passen, wo das eingeblendet wird, das fand ich sehr, sehr schön. Also was mag ich, so kleine Spielereien. Was ich immer sehr wichtig finde, auch bei Serien, vor allem bei Serien, die in der heutigen Zeit spielen und das tut die Serie ja eindeutig, ist, wie sie auch Handys und bis zur Technologie einbinden oder wie sie das dann darstellen, das fand ich sehr gut gelöst mit dem, wie sie das zeigen, was auf seinem Handybildschirm zum Beispiel ist oder was passiert. Und wie sie damit umgehen, fand ich sehr schön, weil das kann sehr schnell sehr unübersichtlich werden oder einfach gar nicht reinpassen und komplett den Flow zerstören. Aber da finde ich, dass ich das gut immer integriert in die Szene und in was gerade passiert. Ansonsten ja, die Off-Stimme, die Erzählstimme war notwendig, ich bin nicht so ein großer Fan von sowas normalerweise, aber macht in dem Fall einfach Sinn, weil es halt komplett seine Gedanken sind, warum er sich jetzt gerade irgendwie selbst dafür rechtfertigt, dass er diesen Typen jetzt umbringt oder dass er diesen Typen jetzt folgt oder was auch immer. Deswegen fand ich, macht es Sinn und diese Schnitte zu dem Guru fand ich gut, weil es eben mehr erklärt, was seine Gedanken oder was seine Handlungsmotivationen sind und warum er das jetzt so macht und wie er alles, was ihm erzählt wurde, komplett falsch auslegt im Prinzip und das einfach recht verhindert, dass er es machen kann, was er machen will. Und das fand ich schon gut, so diesen Kontrast zu sehen, so dieses klare, weiße Studio von diesem Guru, wo alles ruhig und entspannt und der versucht irgendwie das beizubringen, Schnitt, irgendwelche Leute sterben da neben ihm, weil er das sich jetzt so ausgelegt hat. Fand ich schon gut und das war auch, was ich gemeint habe mit dieser Kontrast und dieses Trockene funktioniert dann sehr gut für mich. Wenn sie sagen, so ja, keine Ahnung, das ist deine Achtsamkeitsübungsschnitt, ja okay, wir wenden das auf, darauf anläuft, den Fingern abzuschneiden oder so. Ja, genau, stimmt. Da fällt mir auch ein, wie er irgendwo, er muss irgendwann eine Leiche zerlegen und kann es erst nicht und dann erinnert er sich an seinen Guru, der sagt, gehe Probleme Schritt für Schritt. Ja, genau. Also gut, dann hat es ja offensichtlich ganz gut funktioniert mit diesem Kontrast, wie du es auch gesagt hast. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir die Serie eigentlich ganz genau so fanden. Es blitzerte schon so durch, aber wäre es für euch okay, wenn wir das mit dem Fazit verbinden? Also wenn ihr euer Fazit liefert und dann könnt ihr ja gleich sagen, ob ihr die Serie gut oder eben nicht gut fandet und ob ihr eine Empfehlung aussprechen würdet. Wäre das okay für euch? Ja, können wir gerne machen. Okay, Kathi, hau raus. Wie ich schon erzählt habe, ich hatte wirklich Spaß damit und ich finde auch, dass die Serie es schafft, obwohl ja der Björn eigentlich der, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen der Böse ist. Wie gesagt, er rutscht da ja auch irgendwie nur so rein und sie schafft es trotzdem irgendwie mit seinen Ecken und kann die eindeutig, hatten die Serie auch nicht zu verstecken probiert, ihn sympathisch darstellen zu lassen, dass man doch irgendwie will, dass er es schafft. Und ich finde auch, obwohl, und das ist vielleicht auch ein, weil er auch gemeint hat, dass das Buch ist, also klar, das ist so alles eine Verarsche oder eine Zertiere auf dieses ganze Achtsamkeitsding. Und was ich spannend daran fand, ist, dass obwohl halt diese Serie dann mit diesem ganzen Jahr Achtsamkeit und, weiß ich nicht, Stressreduzierung und bla bla bla, dass es eine richtige Grundspannung durch alle acht Folgen hindurch gibt, die wirklich so war, okay, ich will das, dass er das schafft. Und ich immer so, ja bitte, das funktioniert und mach das und ich selbst dann angespannt war, obwohl das eigentlich das Gegenteil von allen Ratschlägen ist, die in der Serie gegeben werden. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass alle die Charaktere doch dann schon sehr klischeehaft sind, schon sehr blaubausend sind von dem, der Vater, der zu viel arbeitet und sich nicht um die Familie kümmert, die Mutter, die genug davon hat, die Polizistin, die ganzen Gangsterbosse, dann der eine Gangster dann doch seinen Softspot für Kinder hat und das er machen will und alles. Aber ich finde, dass es trotzdem gut funktioniert, vor allem was und wir erzählen, das trotzdem Spaß macht und wenn man mit so Krimi oder so Thriller-Dingen in die Richtung was anfangen kann, kann ich die auch empfehlen. Also mir hat die Serie auch gut gefallen. Ich werde mir jetzt dann auch, wenn die Serie dann bei Netflix erscheint, auch noch die letzten drei Folgen anschauen, weil ich dann schon wissen will, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Ich fand auch so diese Charakterentwicklung von Björn, also mir geht es ja genauso wie Kathi, also ich wollte ja auch immer für ihn, dass es halt alles positiv ausgeht und er mit allem irgendwie durchkommt, auch wenn er dann quasi ein Mörder ist, was irgendwie sehr komisch klingt, jetzt, wo ich es gerade gesagt habe. Aber ja, man fiebert da halt mit, vor allen Dingen, weil er sich halt dann immer neue Probleme schafft, weil natürlich die ganze Gang, die halt um diesen Gangsterboss herum ist, die will natürlich immer mal wieder Kontakt mit ihm haben oder die nächsten Pläne und Ziele erfahren und das muss er dann alles halt versuchen, irgendwie so zu deichseln, dass das keinem auffällt, dass der halt jetzt nicht mehr da ist und schafft sich halt immer mehr Probleme. Das Einzige am Anfang Positive, das sich entwickelt, ist eben das Verhältnis zu seiner Familie. Dafür gibt es von allen anderen Seiten irgendwie Stress und Ärger und da bin ich jetzt schon noch gespannt, wie diese ganzen Fäden, wie die jetzt am Ende quasi der ersten Staffel dann noch weitergesponnen werden und ja, ich würde mich sogar auch freuen, wenn die anderen Bücher verfilmt werden. Ich glaube schon, dass die Serie Potenzial hat. Dann hänge ich mal jetzt auch noch hinten dran. Also wie Kathi schon gesagt hat oder beziehungsweise ihr beide, der Charakter hier, ja, der ist, man ist viel mit ihm mit, aber er ist eigentlich kein Sympathisant. Da fand ich schon richtig smart, dass sie Tom Schilling da reingesetzt haben, weil das einfach ein Sympathieträger ist. Egal, welche Rolle er spielt, werde ich ihm jetzt einfach mal so unterstellen. Und auch, ich habe für unsere Besprechung jetzt das Ende vom Buch nochmal gelesen und auch das Ende der Serie geguckt. Also ich bin wie so ein richtiger asozialer Mensch, habe einfach ein paar Folgen übersprungen. Und habe mir nur das Ende angeguckt, um so richtig Buch und Serie direkt zu vergleichen. Da muss man schon sagen, was auch du, Theresia, jetzt angesprochen hattest oder ich glaube, Kathi war es tatsächlich, dass die Figuren ja doch recht platt sind. Das ist im Buch aber genauso. Also es ist jetzt keine hochwertige Literatur, die man da liest. Das ist einfach ein Satire-Klamauk-Buch. Und wenn man das Buch mochte, dann wird man auch mit der Serie seinen Spaß haben, denke ich. Die erste Staffel ist genau das erste Buch. Wir haben auch im Gegensatz zum Buch am Ende der Serie so einen minikleinen Cliff. Ich weiß auch, wie gesagt, noch nicht, wie es weitergeht, weil ich nur das erste gelesen habe. Da bin ich eigentlich ganz gespannt, wie sie es weiterbringen werden. Das heißt, die Leute, die das Buch mochten, die werden auch damit klarkommen, dass manche Sachen, die sind halt ein bisschen, darf man nicht zu viel drüber nachdenken. Also die Art, wie Björn dann so tut, als würde er mit seiner Mafia-Gang kommunizieren mit dieser Zeitung, das ist schon ein bisschen bescheuert. Also da darf man das, ich glaube, weiß nicht, wie krass man da kritisieren darf. Ich habe deswegen schon hier und da, habe ich schon auch manchmal mit den Augen gerollt und fand es ein bisschen bescheuert. Aber ich glaube, wie gesagt, dass sie da mit Tom Schilling und auch Mark Hosemann zum Beispiel, der ja einen der Gangster-Mitglieder spielt, dass sie da sehr gut gecastet haben, dass die Leute, die das Buch mochten, auch mit der Serie ihren Spaß haben, dass die Inszenierung gut funktioniert. Und deswegen würde ich hier eigentlich rundherum auch eine Empfehlung raussprechen für die ganzen acht Folgen Achtsam Morden, die eben ab dem 31.10. dann auf Netflix für alle offiziell zu finden seien. Ich weiß nicht, ob ich die Folgen dazwischen nochmal gucken werde, aber wenn eine neue Staffel kommt, werde ich da auf jeden Fall wieder reinschauen und vielleicht besprechen wir das ja dann auch wieder zusammen. Folge Staffel 2. Ja, würde mich freuen. Das würde ich mich freuen. Okay, wenn euch diese Besprechung gefallen hat, ihr oder auch gar nicht gefallen habt, dann könnt ihr uns Feedback geben und zwar auf unserem neuen Discord-Channel vom Tele-Stammtisch. Den findet ihr auf unserer Website tele-stammtisch.de oder ihr haut einfach in die Kommentarfelder rein, überall, wo es Likes und Kommentarfelder gibt, zum Beispiel auf YouTube. Uns findet ihr eigentlich überall. Wir sind wie ein Parasit, keine Sorge, ein guter Parasit. Und das war unsere Besprechung zu Achtsam Morden. Wir sind gespannt, wie die Serie ankommt. Ich danke euch, Kathi und Theresia. Ich sage schon mal Tschüss und dann könnt ihr beide euch gerne verabschieden und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Tschau, tschau. Tschau, bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.